Wir sind da in der Hirsel-Zirmhütte auf der Rindl in den schönen Nockbergen in 1670 Meter Seehöhe, im Winter direkt an der Skierpark gelegen und im Sommer mitten im herrlichen Wanderparadies. Wir legen besonderen Wert, dass wir bei den Bauern ringsum einkaufen, dass wir dann die Spezialitäten für unsere Hirsel-Zirmjausen haben, wie den Speck beim Nockfleisch zum Beispiel und die Würsteln, oder unsere Kärntner Kassnudeln. Dann haben wir Zimmer zu vermieten in Hütten, also eine größere Hütte, eine kleinere. Die Kleine ist für zwei, die Große bietet Platz für bis zu zwei Familien und das ist alles im Zirbenholz ausgestattet. Also für mich ist es der schönste Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann, dass ich beschlossen habe, auch da zu wohnen, mittlerweile mit der ganzen Familie. Und ja, und wenn die Arbeit fertig ist, dann gehen wir ein bisschen rodeln oder einmal kurz eine Runde Skifahren, im Sommer natürlich wandeln oder mit einem Elektrofahrrad fahren, also was halt gerade die Saison bietet. Klimaschutz war von Anfang an ein großes Thema. Wir haben auch vor Jahren als erstes einem Gasthaus in Kärnten das Umweltzeichen verliehen bekommen. Da haben wir zum Beispiel unsere Hackschnitzelheizung. Wir legen Wert auf nachhaltiges Bauen mit sehr viel Holz. Wirtschaft sind wir alle. Alle, die was unternehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.